So, neuer Tag, altes Problem, Reichweite. Ich habe jetzt hier gerade noch 42 Kilometer zu fahren. Jetzt habe ich Mercedes gerade gesagt... Was kann ich für dich tun? Ja, danke. Danke Mercedes, lass uns mal ganz kurz in Ruhe. Habe ich gesagt, wo ich hin möchte? Ich bin jetzt im Schwarzwald, ich möchte nach Leonberg, danach nach Stuttgart und am besten... Kannst du das bitte noch einmal sagen? Nee, ich möchte es nicht noch mal sagen. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Ähm... Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Ich weiß, dass du mir nicht helfen kannst, ich muss mir selber helfen. Auf jeden Fall will ich aus dem Schwarzwald nach Leonberg, von Leonberg nach Stuttgart und am besten heute noch zurück in Schwarzwald. Ich habe also jetzt hier die Strecke nur nach Leonberg eingeben vom Schwarzwald. Wir sind in der Mitte des Schwarzwalds, ähm... Da braucht man normalerweise bis nach Stuttgart die 81 hoch mit normalem Auto so eine Stunde. Ich brauche jetzt mit, ähm... Ungefähr 15 bis 20 Prozent Akku, also 42 Restkilometern, brauche ich jetzt hier laut Navi mit Electric Intelligence, ja fast zweieinhalb Stunden inklusive laden. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kriege ich die Details. Er will also, dass ich sogar zweimal lade. Ähm... Er möchte irgendwo auf dem Weg, äh... Unten das Licht lade, wo ich jetzt bin und äh... Dann nochmal an der Autobahn, damit ich dann da hochfahren kann. Ähm... Wenn ich quasi zurück zur Navigation gehe, sagt er mir auch, wieviel Restakku ich dann noch habe. Das heißt, am Ziel habe ich dann zehn Prozent Restakku. Das heißt, wenn ich dann in Leonberg bin und nochmal nach Stuttgart möchte, muss ich im Prinzip eigentlich einen Leonberg gleich nochmal laden. Da in Rotesheim gibt es, äh, an der Autobahn so eine große NBW-Tankstelle, die ist ganz neu, mit irgendeinem Schnellladesang. Kann ich mich also nochmal hinstellen. Wenn ich mich da eine Stunde hinstelle, ist es mehr oder weniger voll und dann komme ich, denke ich, auch nach Stuttgart und wieder hierher zurück. Ähm... Insgesamt habe ich dann... auf dem Hinweg ja schon 50 Minuten an irgendeiner Ladesäule gehangen und muss dann, damit ich zurückfahre, mich im Prinzip nochmal 50 Minuten oder was an der Ladesäule hängen. Das heißt, für den heutigen Trip, Mittelschwarzwald, Leonberg, Stuttgart und zurück muss ich insgesamt, weil ich nur 42 Kilometer gerade im Akku habe, muss ich mich noch zwei Stunden dieses Tages an irgendwelchen Ladesäulen begeben. Also mit den 42 Restkilometern, die ich jetzt hier noch habe, werde ich mich aber sicherlich nicht an diese Angabe hier halten, dass ich in 6,3 Kilometern mich 50 Minuten an irgendeine Ladesäule stelle. Nur mich dann irgendwie 20 Kilometer weiter nochmal an eine andere Ladesäule zu stellen. Ich weiß, dass diese in 28 Kilometern die Ionity-Säule ist. Ich werde die hier natürlich überspringen mit meinen 42 Kilometern dahin fahren, wo die Ionity-Säule ist und mich lieber da eine Stunde hinstellen, als statt hier eine Stunde und da. Ich merke mich nachher, wenn wir an der Ionity-Säule sind, nochmal, begleite mich auf dem Absteuer. So, jetzt bin ich jetzt an der ersten Ladesäule vorbeigefahren. Mal schauen, vielleicht war das doch eine so gute Idee. Zeig mir jetzt noch 22 Kilometer an. Ich musste ein paar Berge runterfahren, da hat es dann doch mehr gezogen. Mercedes ist komplett ausgestiegen aus den Tipps, weil laut ihrer Rechnung ich es wahrscheinlich gar nicht schaffe. Sie hat mir quasi viel Glück gewünscht und mich damit alleine gelassen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Endlich das Wasserloch. Der Trick ist, glaube ich, einfach viel rollen zu lassen. Ich hänge auch eben auf der Landstraße hinter dem Lkw, da verbraucht man da nicht so viel. Ich fahre jetzt hier raus in meine Oase. Es regnet in Strömen. Ich fahre also nicht hier an die Tankstelle, wo es schön überdacht ist und Shop ist, wie die Verbrennerfahrer. Die Ionity stehen also hier ziemlich weit hinten am Lkw-Parkplatz. Ohne Überdachung, ohne gar nichts. Das funktioniert jetzt so. Hier gibt es, ja, diese Mercedes-Me Charge, die Mercedes-Charge-Me Karte. Was für ein Wetter. Also. Kabel. Erstmal anschließen. Auf Kabel. Und rein. Karte davor halten. Ja, das sieht gut aus. Zack. Jetzt lädt es. Und jetzt zeigt er hier auch wunderbar an, wie Wasser lädt, wie schnell er lädt. Die Erfahrung nach müsste es jetzt auf 109 kW hochgehen ungefähr. Maxima 110 ist möglich bei dem Eco-V. Boah. Boah. Was für ein Wetter. Also. Man hat hier als Elektropionier die Ehre komplett im Regen zu stehen. Die Tanke ist irgendwo da ganz hinten. Finde ich jetzt weniger geil irgendwie, dass ich jetzt hier komplett irgendwo am Arsch der Welt abgestempelt werde, um mit meinem Fahrzeug zu laden. Abends. Es ist hier ein bisschen beleuchtet. Ich bin aber trotzdem am Arsch der Welt. Und, äh, ja, meine Frau zum Beispiel würde ihr empfehlen, hier abends alleine zu laden. Ja. Ist, glaub, ein bisschen gruselig. Boah. Ja. Also das ist nicht so ein superschönes Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte mich schon irgendwie ein bisschen angenehmer machen. Stell doch die Dinger neben den Diner oder jetzt in Corona-Zeit ein bisschen schwierig oder neben den Drive-In oder einfach ein bisschen näher da hinten an sich Tankstellen. Man kommt sich hier vor. Schon vor eigentlich wie so ein bisschen wie so ein Aussätziger. Also, er lädt jetzt hier mit 107 kW. Das ist so ziemlich das Schnellste, was geht im EQV. Um 10.55 Uhr, sagt er, ist er voll. Das ist, ja, in knapp einer Stunde. Also, ich sitze jetzt hier ungefähr seit einer halben Stunde drin. 126 Kilometer Reichweite habe ich jetzt. Ähm, das Navi sagt, mein Ziel in Leonberg ist 84 Kilometer entfernt. Dann habe ich noch 27 Prozent Akku. Ich denke, das reicht mir nach Stuttgart. Und in Stuttgart kann ich mir dann nochmal eine Ladesäule suchen. Ähm, soweit ich weiß, sind da größtenteils eh nur NBW-Säulen. Äh, am Finanzamt in der Stadtmitte ist eine Schnellladesäule. Ansonsten muss ich sagen, dass Stuttgart, was Schnellladesäulen angeht, ziemlich schlecht ausgestattet. Ja, und das als Autostadt. Auf geht's! Und zwar scheiß Wetter, aber freie Autobahn, unbegrenzt. 160 ist das höchste Gefühl. Ich spüre, wenn ich da hochbeschleunige, dass da durchaus noch mehr geht. Also, dass da die Begrenzung bei 160 drin ist, die ich mir noch für Geld aufmachen musste, finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da sollte dem Eco-V-Fahrer durchaus die Entscheidung überlassen werden, wie viel ich da durchblase. Also, ich glaube schon, dass das Auto hier eigentlich 200 fahren könnte. So, ich bin jetzt hier in Rotesheim angekommen. Ich habe noch 30 Kilometer Reichweite. Das ist die hochgelobte neue EMBW-Tankstelle, E-Tankstelle. Wird mit Solarbetrieben. Seht ihr jetzt gar nicht viel, weil es verdammt verregnet ist. Da steht kein Mensch da. Also kann ich mir eine aussuchen. So, was haben wir hier? Aha, die Ansage, welche Ladesäule wie viel hat. Gucken wir mal, 3b, 3a. Hier steht 4a, da steht 3a, da oben steht 3a. Irgendwie ist das unlogisch angeordnet. Eigentlich müsste doch hier 3a stehen und wenn das da vorne 4a ist, müsste 4 da oben stehen. Hier ist 3b, da ist 3b. Also, aus meiner Sicht müsste hier 3b stehen und da 3a. Aber egal, ich will nicht kleinlich sein. So, hier läuft das ein kleines bisschen anders als bei der Ionity-Säule. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass ich die Mercedes-Charge-Me-Karte genommen habe. Diese Säulen von der Ionity-Säulen kann man, wenn man beim ADAC ist, sich anmelden oder einen ADAC-Tarif nehmen. Dann kann man hier auch für 29 Cent tanken. Ähnlich wie bei den Ionity-Säulen. Das funktioniert dann nicht mit der Mercedes-Charge-Me-Karte, sondern ich muss jetzt hier über die Mobility-Plus-App von EnBW auf meinem Telefon gehen. Um das hier zu aktivieren, ich zeige euch mal ganz gut wie das geht. Also, wir machen das mit der App. Ionity-Plus-App. Dann kann ich hier auf die Ladesäule gehen. So, Ladepunkt wählen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche das ist. Ihr habt ja eben gesehen, ich bin auf die 4B gefahren. Die würde ich jetzt hier gerne finden. Die sehe ich aber nicht. Ich sehe jetzt nur, weil ich alleine hier bin, dass eine belegt ist. Das muss ich ja sein. Ansonsten kann ich hier nicht erkennen, an welcher Ladesäule ich stehe. Total bescheuert. Die belegte muss ja meine sein. Ansonsten steht hier ja keiner. Ihr seht da, 39 Cent kostet es normal. Jetzt bin ich ja angemeldet. Hoffentlich. Richtig. Ich drücke jetzt einfach mal starten. So, der Ladevorgang ist gestartet. Also hier ist das Ganze schon ein bisschen angenehmer, obwohl es immer noch regnet. Habe ich jetzt wenigstens ein Dach über dem Kopf. Die ganze Anlage hier wird soweit ich weiß über diese Solarzellen gespeist. Jedenfalls im Sommer. Heißt nicht, ob die wirklich den ganzen Strom in die zusammen hier irgendwo speichern. Und dann ins Auto reinpumpen. Soll auf jeden Fall 100% Ökostrom haben. Gibt's, genau, Free WiFi. Also man kann sich hier ein WLAN-Netz einwählen von der NGW, wenn man das möchte. Damit es nicht so langweilig ist. Hier in Rutesheim gibt's auch einen Burger King. Der ist aber wieder ganz da hinten. Ansonsten ist hier nicht viel Peripherie drumherum. Also irgendwas, um mal hier die Zeit zu vertreiben, habe ich hier auch. Außer mein WLAN. Hier auch nicht. Gibt's auch andere E-Autos. Tarnfahrzeuge. So, ich bin jetzt bei 87%. Ihr seht da draußen ist noch ein anderes Auto. Das ist ein Herr-König sozusagen. Ich sag jetzt nicht von welchem Hersteller. Ich habe mich gerade mit den Jungs da unterhalten. Die Reichweiten werden auf jeden Fall erhöht. Also haben sie mir versichert, dass dann schon auch irgendwie dann demnächst mal 400km und vielleicht sogar auch mehr möglich sind. Aber ja, alle Hersteller stehen irgendwie technisch vor einem ähnlichen Problem. Ich werde es hier ausstecken. Ich glaube, ich habe jetzt genug Akku, 88%, um noch nach Stuttgart und später zurück in Schwarzwald zu kommen. Habe jetzt hier aber trotzdem noch über eine Dreiviertelstunde gestanden. Hatte zum Glück gerade eine nette Unterhalten mit den Jungs von dem R-König da draußen. Somit war die Zeit jetzt nicht besonders lang. Trotz allem habe ich jetzt ja insgesamt schon anderthalb Stunden an irgendwelchen Ladesäulen gestanden und bin eigentlich nicht mal am Ziel. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall immer wieder ein Abenteuer mit den E-Autos. Da ist auf jeden Fall, auch gleich noch ein Vorab했어요. Auch hier gehört es jemand Erachtenshorn und übersуй holt. Wir gehen in Karabarschraum. Untertitelung des ZDF, 2020